Das handelt ja von bösen Blüten. Da sind wir ja hier richtig, oder? Ich glaube schon. Okay. Dann lass uns mal reingehen. Können wir machen? Ich hoffe, es ist es auch. Ich bin gespannt, was die Wilhelm Buschausstellung uns bietet. Ja, ich auch. Ich hoffe, etwas Gutes. Ja. Ich freu mich schon. Ich auch. Und du, Luis? Ich auch. Ich müsste ja auch vergessen, wir wollen bleiben. Ja. Das sind sie, die beiden Bogen. Ah, da kommt ja jemand. Hallo, da kommt ein. Na ja, kommt rein. Oh, hier gibt es ja Bücher. Cool. Erster Streich klingt toll. Ob es da mehr als fünf gibt? Ja, bestimmt. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal nachgucken. Ja. Dritter Streich. Vierter Streich. Das ist aber lustig. Fünfter Streich. Oh, das klingt lustig. 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 Wir erinnern Sie sich an den fünften Streich. Ja, da war doch was mit Käfern. Ja, sind ja welche. Komm, die nehmen wir mit. Ja. Und dann spielen wir den fünften Streich nach. Ja. Ich bin gespannt, ob das klappt. Ja. Schau mal, wie der fest schläft. Und schau mal, wie der fest schläft. Und schau mal. Was wir drei Unglaublichen heute erlebt haben. Danke schön. Deutsch. Vielen Dank.